Ja, hallo, mein Name ist Rudi Gamach und ich bin die eine Hälfte von Impulse aus der Kampfkunst. Die zweite Hälfte von Machen Pustlaug, Kai Pustlaug mein Name. Haben wir die auch Stärken und Schwächen auch noch untereinander im Drehen mit dem Zettel? Wertschätzung. Ein ganz wichtiger Aspekt des Seminars ist der Praxisbezug. Alle Elemente, die wir trainieren, die wir vermitteln, sind auf Übungen basiert und vermitteln anhand praktischer Möglichkeiten ein Erleben und ein Erfahren. Was ist das? Was ist das? Mein Name ist Verena Kauder und ich habe heute einen extrem agilen und sportlichen Tag erlebt. Der Spagat zwischen Kampfkunst und dem Geschäftsleben, der ist gar nicht so groß, wie man manchmal denkt. Das hat Spaß gemacht und es gab sehr viele Dinge zum Nachdenken. Kann ich nur empfehlen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.